Das ist jetzt wirklich ein starkes Stück. Die Diäten der Bundestagsabgeordneten werden drastisch erhöht und zugleich wird das Bürgergeld eingefroren. Das gucken wir uns doch mal genauer an, liebe Leute. Ich bin Dr. Urs Anhalt, Sozialrechtsexperte hier bei Gegenharz. Nur einen Tag, nachdem angekündigt wird, dass die Diäten der Bundestagsabgeordneten um 6% auf 11.227,20 Euro angehoben werden, verkündet Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dass das Bürgergeld am 1. Januar 2025 vermutlich eingefroren wird. Die Erhöhung für die Abgeordneten von 635,50 Euro ist mehr, als ein Leistungsberechtigter im Monat an Regelsatz bekommt. Jetzt die Begründung. Hubertus Heil sagt, die Regelsätze würden deshalb nicht weiter erhöht, weil auch die Inflation sich nicht weiter erhöhen würde. Hä? Merkwürdige Inflation. Also die Inflation erhöht sich also beim Bürgergeld nicht und bei den Diäten erhöht sie sich dann? Oder was soll das sein? Nein. Die Erhöhung der Diäten wird damit gerechtfertigt, dass sich die Löhne erhöht haben. Im Bundestag kam diese Erhöhung der eigenen Diäten hervorragend an. Man könnte sagen, jeder ist sich selbst der Nächste. Lediglich Janine Wissler von der Partei Die Linke übte scharfe Kritik. Wissler sagt, während der Bundestag das Anheben des Mindestlohns auf 15 Euro verweigert, gönnt er sich selbst einen großen Schluck aus der Pulle. Stattdessen sollte der Bundestag in Zeiten knapper Kassen die Diätenerhöhung aussetzen. Mein Kollege Sebastian Bertram vermutet, dass das Einfrieren des Bürgergeldes eine rein politische Entscheidung ist. Eine Studie hatte nämlich bewiesen, dass trotz der Anpassung des Bürgergeldes 2024 der Regelbezug Armut nicht verhindert und auch den Bedarf nicht deckt. Das Wissenschaftliche Institut des Paritätischen Sozialverbandes hatte ermittelt, dass erst ein Bezug von 813 Euro statt 563 Euro den täglichen Bedarf deckt. Das Existenzminimum bei den Regelleistungen wird durch 1000 Taschenspielertricks kleingerechnet und auch durch das Streichen alltäglicher Leistungen. Den Link dazu haben wir hier in der Videobeschreibung hinzugefügt. Was denkt ihr darüber? Lasst uns das in den Kommentaren diskutieren. Abonniert unseren Kanal, dann bleibt ihr auch in Zukunft auf dem Laufenden. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Urs Anhalt. Tschüss.